Moderne künstliche Intelligenz, heutige KI-Technologien umfassen maschinelles Lernen, neuronale Netze und Deep Learning, die revolutionäre Fortschritte in Bereichen wie Bild- und Spracherkennung ermöglicht haben. KI wird zunehmend in verschiedenen Bereichen eingesetzt, von der medizinischen Diagnostik bis hin zu selbstfahrenden Autos. Zukünftige Entwicklungen könnten eine noch tiefere Integration von KI in unseren Alltag und die Lösung komplexer globaler Herausforderungen mit sich bringen. Untertitelung des ZDF, 2020